Heute suchen wir im Wald mal einen Keksbaum. Das heißt, wir suchen erstmal einen Baum mit grober Borken. Der ist hier viel zu glatt. Da können wir nichts hier stecken, halten keine Kekse. Mal schauen, ob irgendwas anderes noch finden. Ich glaube, da haben wir schon einen gefunden. Ich glaube, der sieht ganz gut aus. Da kann man prima was drin verstecken. Ihr setzt euren Hund ab, lasst den Warten. Ihr setzt euren Hund ab, dass er wartet. Und bestückt den Baum in der Rinde mit Leckerlis. Am besten gehen da natürlich Weiche. Ganz weich sind meine heute nicht. Aber wenn man so eine grobe Borken hat, dann geht das natürlich auch mit einfach nur ganz normalen Trockenfutter. Ich finde, unser Keksbaum ist fertig. Dann geben wir den für den Hund frei. Okay, Lady, such mal die Kekse. Und dann, ja, super. Zweiter, wo sind die Kekse denn? Such mal. Na, da könnt ihr den Hunden das natürlich ein bisschen einfacher machen. Dann nehmen wir, weiß ich nicht, Käse, Schinkenwurst, was auch immer nehmt. Die Maus sucht jetzt mal anständig. Da hat sie noch einen gefunden, genau. Da hast du ja glaube ich ein Stück Borken mitgehabt. Na gut. Such mal weiter. Und lass sie ruhig suchen. Wo ist denn noch ein Keks? Wo? Such mal nach. Wo ist der Keks denn? Schau mal. Ja, super. Könnt ihr ruhig auch was höher dran machen, dass sie sich halt genau einfach auch mal strecken müssen, wo man jetzt nicht so schön kann. Und da? Such mal. Jawohl. Und hoch mit dir. Hol dir den Keks. Super. Hol dir den Keks. Hol ihn dir. Na komm, hol. Ja, super. Und guck mal, da oben ist noch einer. Ja, da ist noch einer. Hol ihn dir. Was, das ist super. Ja, klasse. Alle gefunden? Ja, prima. Also so ein Spielchen unterwegs beim Spaziergang. Finden die Hunde mit Sicherheit ganz, ganz klasse. Also sucht mal. Schaut mal, ob auch ihr einen Keksbaum im Wald findet bei eurem nächsten Spaziergang. Und berichtet gerne mal. Habt viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ciao. Und die Joyce darf auch nochmal die Kekse suchen am Baum. Suchen? Okay. Ja, da sind beim Baum für Stücken zwei runtergefallen. Die muss ich natürlich auch finden. Geht ja gar nicht. Joy? Joyce, da sind keine. Da, jetzt hat sie es wieder. Genau. Super. Ja, sehr. Das ist ja prima. Der möchte da absolut nicht raus, glaube ich. Noch ein bisschen anstrengen. Na komm, noch einmal. Hol ihn mal. Geschafft man es? Nein? Klemmt er so fest? Ich muss ein bisschen helfen, ne? Super. Jetzt sind alle raus. Gut gemacht, Maus. Klasse. Gut. Gehen wir weiter, Joy? Musik 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 Musik